Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Star Wars. Jetzt wollte ich Knights of the Old Republic sagen, aber es ist ja nur The Old Republic. Ohne die Knights, die sind weg. So, wir sind auf, wo sind wir denn jetzt überhaupt angekommen? Genau, Republikanische Flotte, man sieht es hier oben. Und wir werden mal den Fahrstuhl benutzen und da mal eben hochfahren. So, ja, Hauptebene. Und da müssen wir uns eine Fähre nach Coruscant besorgen, die machen wir aber später, weil ich glaube, hier gibt es noch ein paar Sachen, wenn ich mich nicht so ganz täusche. Und aus dem Grund werden wir nicht sehr lange, vielleicht eine Folge oder so, werden wir hierbleiben. So, wir öffnen mal kurz die Map. Hier gibt es auf jeden Fall einen Trainer. Hä, warte mal, gibt es hier nicht eigentlich noch so? Achso, warte mal, stimmt, wir kriegen hier noch ein paar Sachen auf jeden Fall. Zum Beispiel von diesem Kasten und von diesem Typen und überhaupt und so und, äh, zack. Zack. So. Gruppenfinder-Einführung. In einer vom Krieg zerrissene Galaxis können viele Schlachten nicht durch die Kraft eines einzelnen Helden gewonnen werden. Du brauchst Verbündete in deinem Kampf, die Republik zu verteidigen. Der Gruppenfinder bringt dich mit einer Gruppe anderer Helden zusammen und transportiert euch an die Frontlinie verschiedener Konflikte in der ganzen Galaxis. Ich nehme die an, ob ich sie mache, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt, weil manche finde ich dumm. Gut, das ist PvP, werde ich sowieso nicht machen, weil ich das nicht gut finde oder blöd finde oder wie auch immer. Handwerksausbitte. Die Republik braucht die Hilfe aller Bürger im Krieg. Alle Bürger, die helfen wollen, können besondere Fähigkeiten erlernen, Rohmaterial für das Handwerk sammeln, neue Modifikationen für Waffen und Rüstungen erschaffen oder Gefährten für Belohnung auf Mission. Check ein. Damit kann ich nämlich denen auch Jobs beibringen, was schon ganz cool ist. So, dann gucken wir Meister Ostergal. Mal gucken, was der für uns hat. Endlich sprechen wir uns. Ich bin Meister Ostergal, verwalter der Jedi-Archive und enger Freund eurer Meisterin. Eure Meisterin sagte mir, ihr hättet auf Tython großes Potenzial gezeigt. Aber die Prüfungen eines Padawans werden euch nicht definieren. Geht es etwas genauer? Jedi, die Tython verlassen, haben immer einen Weg gewählt. Ich wurde ein Hüter des Wissens. Andere wurden Taktiker oder verfolgten die wahren diplomatischen Künste. Aber diese Wege sehe ich für euch nicht voraus. Bei euren Stärken kommen zwei Wege in Frage. Oder ihr könntet euch den heilenden Techniken der Macht widmen, der Verteidigung der Schwachen. Oder ihr könntet euch dem geheimen Zweig des Jedi-Ordens anschließen. Seine Anhänger benutzen die Macht, um die Republik verdeckt zu beschützen. Wenn ihr bereit seid, wird Meister Dünaroth diese Phase eurer Ausbildung beenden. Eure Hilfe hat sich als unbezahlbar herausgestellt, Meister Ostergal. Das ist das Mindeste, was ich für Yuan Paars Schülerin tun kann. Geht nun. Wählt euren Weg innerhalb der Macht. Und macht eure Meisterin stolz. Naja, als unbezahlbar würde ich es jetzt nicht unbedingt, weil das haben wir schon. Wir sind ja schon spezialisiert. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Wir gehen mal da an. So, hier sind die Frames ziemlich bescheiden, weil da aber auch relativ viele Spieler da sind. Ich will aber mal ganz kurz hier drauf zugreifen. Es geht besser. Nahlen Ralloch. Was hat er denn gesagt? Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ihr hättet mich fertig machen können, aber ihr habt es nicht getan. Ich schuldere euch was. Ich erhole mich immer noch. Eure Finte ist nicht übel, wenn ihr die Ellbogen anzieht. Vielleicht sogar noch besser. Aber ich stehe schon bald wieder auf dem Bein. Basen und die erste Matriarchin Kolovisch sind aus dem Dorf gekommen, um nach mir zu sehen. Sie haben die ersten reifen Kerzenbeeren der Saison mitgebracht. Aha, Kerzenbeeren hört sich sehr lecker an. Er scheint Ewigkeiten her, dass ich Nahrung geschmeckt habe. Ich fühle mich, als würde ich aus einem bösen Traum erwachen. Ich bin immer noch die gleiche Person, die diese Dinge getan hat. Es ergibt noch nicht alles Sinn für mich. Aber ich lebe noch und bin bei Verstand. Danke. Nahlen R. Von Tython. Aus Tython. Hat mir 67 Credits geschickt. Meine Güte, ich bin reisch. So. What the fuck ist das? Ah ja. Mhm. Alles klar. 2 Millionen, nur 6 Dollar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Boah, ich aber nicht. So, da könnte man theoretisch, wenn man jetzt schon hier, Laderaumzugang und so, ne? Aber wir haben noch gar kein Schiff. Das ist ein bisschen doof. Äh, ich laufe mal noch ein bisschen hier so rum durch die Gegend. Was ist das denn eigentlich? Ne, hier mal. VIP, warte mal. Irgendwas war mit VIP. Ah, ist egal. Oder PVP oder ich habe keine Ahnung. Boah, Alter, was leckt denn hier so rum? Mein Internet ist doch in der Tat richtig kacke, ne? Es könnte daran liegen, ich habe ja gerade noch hochgeladen, aber das müsste jetzt eigentlich vorbei sein. Es dürfte nur noch 5 Minuten gelauert haben. Aber gut, auf der Station, auf der Flotte oder auf den Flotten im Allgemeinen sind die Frames sowieso immer nicht so geil. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt sind wir kurz hier. Ich glaube, hier kriegen wir irgendwo auch nochmal eine... Boah, das ist schon leicht nervig, ey. Mann, 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 Mann. So, da ist der galaktische Moacht. Da will ich aber gar nicht hin. So, ich bin hier, glaube ich, total falsch, aber das macht ja nichts. Ja, natürlich bin ich hier total falsch, aber macht ja nichts. Mhm, 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 okay. Hier sind die Gilden, äh, Sachen. Hier sind, äh... Ah, nee, das geht ja noch nicht. Erfahrungsboost ist noch aktiviert. Hier kann ich, glaube ich, gar nichts machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wo soll ich denn eigentlich, warte mal, ich soll ja irgendwo hin. Ähm... Ach, hier. Ja, gut. Dann, oh. Gehen wir da mal eben hin, was denn hier eigentlich? Ah, hier. Ah, mhm, öh, mhm, ii, ah. Okay. Das wollen wir auch noch machen, dann gehen wir da mal auch eben hin. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr scheiße, was... Ich glaube, ihnen müsste ich theoretisch Kunstfertigkeit erstmal beibringen, damit ich, äh, Sachen herstellen kann. Oder ich logge mal um und schicke mir einfach ein paar Sachen. Ach, stimmt, die Festungen gibt es ja jetzt auch. Alleine Crewfächer... Okay, okay. Wir gehen erstmal kurz hier gucken. Hier haben wir noch eine neue Crash, die wir bekommen. Aber da gucken wir gleich mal. Äh, nee, hier bin ich irgendwie falsch, oder? Nee. Festungsverzeichnis. Äh... Ach, wir gucken erstmal hier so. Was gibt es denn hier so? Sozialpunkte. Die Republik wurde gemäß den Prinzipien der Demokratie gegründet. Wir sind eine Vereinigung souveräner Planeten, die sich um den Schutz der Galaxis bemühen und Werte wie Frieden und Harmonie vertreten. Um dieses große Ziel zu fördern, bittet die Republik alle Bürger und Soldaten der Galaxis, unsere vereinte Macht zu zeigen, deren Bande untrennbar sind. Bilde Gruppen mit Bürgern der Republik, um genug Sozialpunkte für die Sozialstufe 1 zu verdienen. Wenn du die Sozialstufe 1 erreicht hast, erwirb ein republikanisches Sozialabzeichen von Jerus Antonos bei der Ausrüstungsrequisition auf Coruscant. Ich nehme das an. So, sehr schön. So, hier müssten die sein. Nee, hä? Den kenne ich. Ach so, Dekoration. Ja, ja, ja. Bla, 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 bla. So, hier würden wir... Flashpoint... Ah, guck mal, Flashpoint-Kurie, cool. Rede mit mir! Er redet nicht mit mir, alles klar. Scheißding. So, jetzt... Schatzsuche, Unterwelt, Hacken, Plünder, Archäologie, Bioanalyse, Diplomatie, Ermittlungen. Entweder war es Archäologie. Ich bin ja immer noch kein Abonnent. Da können die nicht so viel lernen. Das ist ein bisschen schade. Aber es sollte schon was sein, was halt auch später zu meinem Beruf passt, ne? Ist das ja schon so... Überhaupt. Moment, hä? Erlende... Moment. Moment, 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 was hier? Nee. Nee? Nee. Okay, das ist nur da, alles klar. Ach so, hier kann ich auch rein, aber hier ist ja gar keiner drin. Hallo? Keiner da? Gibt's nicht auch Kunstfertigkeit? Mir war so, als ob... Hm. Naja. Wir schauen mal. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Äh... Archäologie, das könnte passen. Du hast beschlossen, Archäologie als deine erste Crewfähigkeit zu lernen. Du kannst zwei Crewfähigkeiten lernen. Nur eine davon darf eine Handwerksfähigkeit sein. Zusätzliche Crewfähigkeiten-Slots können im Kartellmarkt erworben werden. Wir trainieren das mal. Wir können ja jederzeit wieder weg. Nee, Moment. Hm. Doch. Hier gibt's Kraftkristalle und Farbe. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Genau. So, ich schicke ihn jetzt einfach... Nee, ich schicke ihn mal nicht los. Das ist ja alles hier zu schwerfügen. Egal, wir schicken ihn trotzdem mal los. Hier, geh mal weg. Auf Wiedersehen. Das, was ich jetzt hier machen muss, das kann ich auch alleine tun. Ähm... Aber ich brauchte auch noch einen Beruf. Wo krieg ich denn jetzt meinen Beruf nochmal her, Alter? Ist eigentlich noch gar nicht so lange her, dass ich das gemacht habe. Aber trotzdem habe ich schon wieder vergessen, wo ich den herbekomme. Naja. Man kann sich ja auch nicht alles merken, ne? Wir gehen jetzt erstmal... Zu... Dem hier. Zu den beiden. Obwohl ich ja meine Spezialisierung schon habe. Aber... Naja. Vielleicht könnte man die theoretisch hier nochmal wechseln. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Geh nochmal hier kurz lang. Vielleicht gibt es hier einen Briefkasten. Da gibt es noch... Quests. Quests, quests, quests. Raumjägereinführung. Meldung der ersten republikanischen Flotte. Prioritätscode Aurek. Langstrecken. Was ist das hier? Achso. Achso. Langstreckensensoren zeigen verstärkte imperiale Raumjägeraktivitäten bei mehreren wichtigen strategischen Positionen. Weitere Flutfälle des Flugpersonal ist erforderlich, um dieser Bedrohung entgegenzuwirken. Alle Freiwilligen sollten ihre Bewerbung sofort per Terminal einreichen. Die Republik zählt auf dich. Klicke auf das Raumjägersymbol auf deiner Minikarte. Rüstere deinen Raumjäger aus. Klicke auf Kampf, um zu beginnen. Nehmen wir an. Friedenshüter. Das Büro des obersten Kanzlers möchte mitteilen, dass ihr in guter Gesellschaft seid. Überall in der Galaxis erreichen die Einschreibungen Rekordzahlen. Vom Tiefkern bis zum Outer Rim stellen sich tapfere Bürger der Herausforderung, unsere Grenzen zu verteidigen. Die Republik schuldet euch allen großen Dank. Es gibt auch immer mehr Meldungen über Grenzgefechte. Viele von euch können also, das Ding ist cool, würde ich auch haben. So, normale Kriegsgebiete, Spiele spielen. Ja, hier, blum, nehmen wir erstmal an. Würde ich wahrscheinlich sowieso nicht hinkriegen. Oder machen. Oder whatever. So, jetzt müssen wir erstmal uns einen... Ne, hier ist falsch. Ich glaube hier. So, einmal, wenn wir jetzt kurz zu ihm gehen. Der gibt mir, glaube ich, nochmal noch... Ich weiß gar nicht. Hm. Ein interessanter Weg. Was ist der zweite Weg? Das war doch noch nicht alles. Hm. Da sehe ich Möglichkeiten. So, jetzt kriege ich hier nochmal Erfahrungspunkte. Ich habe mich ja schon entschieden. Ach, guck mal, er ist zurück. Hier habe ich direkt mal zwei Ruberth-Kristalle bekommen. Sehr schön. So, dann kaufen wir uns noch ein paar... Es gibt viel zu lernen. Man muss nur wissen, wo... ...doppelschlag und schleudern. Schleudern haben wir zwar schon, aber nehmen wir trotzdem. Schatten gibt es nichts Neues, okay. Lebe du wohl, junger Jedi. Ja, tschüss. Oh, mein Internet ist ja prächtigst. Coruscant-Abflüge, genau. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist eigentlich alles. Wir gehen mal kurz in meinen Lock rein, weil... ...das, das, das, das und das müssen mir nicht angezeigt werden. Äh, das auch nicht, weil das mache ich sowieso nicht. Da habe ich keinen Bock drauf und deswegen ist das so. Nimm eine Fähre nach Coruscant. Jetzt muss ich mal gucken. Die Fähre werde ich, glaube ich, jetzt auch einfach nehmen oder... ...ah, röp, 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 röp. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich schon. Obwohl die Flashpoints ja schon ziemlich gut sind. Aber ne, ja. Hallo. Das sind wirklich sehr gute Nachrichten. So, ich muss kurz gucken. Das ist, glaube ich, eh so eine Flashpoint. Das ist immer Gruppe 2. Also Gruppe 2, zwei Leute halt, ne. Äh, wiederholbar. Diese Mission kann wiederholt werden. Das ist eine Gruppenmission empfohlen für zwei Spieler. Kann man theoretisch auch allein machen, wenn man ein bisschen besser gelevelt ist. Also, wenn das grün ist, wird es schwer. Aber es geht. Ähm. Und wenn man natürlich irgendwas Level 20 oder 30 ist, dann ist das easy peasy. Überhaupt kein Problem. Ein Heiler für Tempel. Zum, zum, zum. Da lohnt sich... Irgendwas. Ich nicht. Hä? Das war... Oh. Ich drehe mich im Kreis. Oh, ich drehe mich im Kreis. So. Wir fliegen nach Coruscant. Ich werde aber später nochmal wiederkommen. Und werde das dann... Äh, ich werde das noch machen, den Flashpoint, aber nicht jetzt gerade. Achso, warte mal kurz. Dann kann ich den auch hier kurz ausmachen. Die PvP sagen, ja, ich lasse die mal drinne, weil... Ja, einfach so. Raumhafen von Coruscant. Dann geht's mal ab zum Hauptplaneten, Hauptstadt. Da, wo auch ein Jedi-Tempel auf jeden Fall steht. Oder ein Jedi-Jedi-Jedi-Irgendwas. Auf jeden Fall irgendwas von den Jedi. Jedi. Jedi, Jedi, Jedi. Jedi. Boah, das Laden dauert echt lange, finde ich. Also das hätten sie noch in den Jahren, wo das Spiel schon existiert, ein bisschen optimieren können, muss ich sagen. So. Äh, nee, da bin ich gar nicht lang. So. Jetzt aber ab dafür. Hui. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal hier durch den Zoll, kann das sein? Ja, benutze das Zollterminal. Das machen wir mal eben. Da. Da ist ein Zollterminal. Tja. So übel ist das gar nicht, denke ich. Ich mag die Stadt. Ist mal was anderes als Tython. Okay, dann treffen wir uns mal mit Meisterin Yuon Parr. Ich glaube allerdings noch nicht sofort. Jetzt werden wir, glaube ich, auch mit Nebenmissionen zugeschissen. Und zwar ohne Ende. Und da ist schon die erste. Ich finde ein bisschen schade, dass man sich die nicht anzeigen lassen kann. Überall. Einfach. Das wäre irgendwie cool. Ja, gerne. Mal gucken, was Anitol von uns möchte. Ah, ihr seid hier. Es ist mir eine große Freude, die Elite der Republik zu treffen. Ich habe den Bericht über eure Begegnung mit Naleen Ralloch auf Tython gelesen. Außergewöhnliche Arbeit für einen jungen Jedi. Hm. Können flirten. Na komm, wir flirten mal. Ihr schmeichelt mir, Sir. Mach doch bitte weiter. Wenn ich doch nur nicht geschäftlich hier wäre. Ich bin im Namen von Vanara Kyle hier, Senatorin auf Coruscant. Sie repräsentiert nicht nur unsere Welt im galaktischen Senat. Sie steht auch der Regierung dieses Planeten vor. Senatorin Kyle leitet den Wiederaufbau all dessen, was durch die Invasion des Sith Imperiums zerstört wurde. Diese alten Wunden zu heilen braucht Zeit und ist schmerzhaft. Hm. Genau wie diese Unterhaltung. Können wir langsam zur Sache kommen? Diese Welt hat viele Baustellen. Eine zerstörte Infrastruktur, steigende Flüchtlingszahlen, ganze Sektoren, die in Anarchie versinken. All das verhindert den Wiederaufbau. Senatorin Kyle glaubt, dass ihr perfekt dafür qualifiziert seid, eine äußerst dringliche Gefahr abzuwenden. Sie wüsste es sehr zu schätzen, wenn ihr sie treffen würdet. Sofort. Wie lange lungert ihr schon hier im Raumhafen herum, um die Ankunft meiner Fähre zu erwarten? Meine Zeit ist die Zeit der Senatoren und ich warte niemals lange. Senatorin Kyle ist die größte Anführerin, die wir seit Jahren hatten. Sie baut nicht nur diese Welt wieder auf, sondern zugleich den Rest der Republik. Sprecht mit Minister Immok im Senatsgebäude. Sagt ihm, ihr werdet erwartet. Viel Glück und willkommen auf Coruscant. Ja, ja. Passt noch vor. So, na gut. Dann wollen wir mal hier eintreten und jetzt sehen wir Coruscant. So ein bisschen hier aus der Ferne. Irgendwas, was man nicht lesen kann. Ein schönes Gebäude und da noch mehr in der Ferne. Alles klar. Haben wir also gesehen, jetzt können wir mal weiterlaufen hier. Ach, ich hab glaube ich auf der Ferne gerade vergessen, das hier zu machen. Äh, auf der Flotte natürlich. So, dann geht's weiter. Hier kriegen wir glaube ich auch noch ein paar Quests. Und in dem Gebiet, wo wir dann hinkommen, hier gibt's ja auch mehr kleine Gebiete. Man kann ja kurz die Karte öffnen. Äh, gut, das ist die Karte von jetzt. Da waren wir schon, da kommen wir gleich hin. Und dann können wir gleich hin.